dass er stirbt dass du stirbst es ist ja hier dann nur aus wenn die zombies immer so schnell laufen wo auch noch ein nicht machen er hat den übelsten vorteil oder kommt man so ich gehe nach vorne und leg mich hin und dann hat sie nach der oder du machst das immer lassen du schießt ab und er hat was er an der erste triff er ist auch jonas trifft irgendwie voll krass gut um oder ich glaube ich habe irgendein Zombie aber auch ist auch ein Zombie weg wenn das das wäre geil das wäre geil also ich gehe jetzt rein und leg mich hin du gehst dann ich weiß was wird was da du musst sie genau davor hinlegen ja LOL haben getötet haben getötet bist du tot? ja ich bin tot komm mal beide runter bitte beide runter ja ok warte mal wer ist das hier Zombie bei dir Achtung Lolo, 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 geht mir ein bisschen Deckung, nicht so schnell komm Leute wie der mich erwischt hat ja der hatte eine Moosbeck, Anna hat 12 hatte der glaube ich stopp stopp, da ist glaube ich einer auf dem Dach bei der Garage, stopp hast du noch ein Juni, Marco? wir schauen doch mal bei denen bei und Chris er kann ja hier rüber laufen, oder? denk schon ich habe mich gerade leuchtet, ja ich glaube mal weiter ich glaube ich habe mich vertan ich komme jetzt noch die Waffe wechseln im P7 sieht auch gut aus der Wasser 2 oder? ja 2 ja 2 äh es sind einfach 2 ja genau, 100 Player naja ist da was zu trinken oder sowas dabei gewesen, oder essen? äh Mariko bestimmt wir kommen jetzt rein, ne, sieh ja ich halt auch zum Essen noch alter ist hier irgendwo was? so Stanek ja Stanek ja, Stanek ja ist meins wahrscheinlich Nein, so ich bin überleihend ich bin über 60 die 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 und sollten warum sollten wir fliegt das Leitier O'Gall so dass er das stimmt schon an der Götter zu Wort der E-Mail doch hat es sein ja eben muss ich noch der Kölner immer die Kassenbräer oder Schuss trinkt Martin Kürtel aber sagen war zum auch was überlaufen ich musste das ganze Essen aufnehmen Schokolade noch was wir brauchen Fernblatt Fernblattes von Dings nehmen wir vielleicht so ein sehr ein 3 1 ist das ist das ist der Nürnberg genau Leitgier ein Erschöpfchen das war nun gekommen trotzdem aufpassen sonst werden auch vor mit dem Morgen größer Zeit und du kommst Richtung Oktober Jo das ist alles aus wird das geschrieben Poti Proto Pino auch keine Ahnung ja wir haben ja eine Annäher ich habe klar dass das wahrscheinlich ist ich kann werden dass es einer von denen ist von eben um ich schätze ich schätze ich er das sind ja sich in den zweiten genannten anklickt wird er auf den Dach oder ganz wichtig ist auch so gut was auch auch aus dem Haus ich bin sicher hier ist einer so man da drauf oder was glaube ich ich habe ich habe eben schon gedacht ich habe mir schon dabei beim Baum links warum keine Ahnung hier kommen wir zurück kommen wir raus kommen wir raus ich weiß nicht wo wo was auch weil wir kommen wir aus dem Haus ich komme aus dem Haus wo bleiben beim Baum der versteckt sich dort wo ich habe auch immer die Gruppe der Bauwerke schnacken soll schneiden wir machen weg aber weg geht zurück und weg ich glaube der lockt sich auf passt ein bisschen auf ne nicht nur wir sind ja ich mache nachtsicht jetzt auf das liegt ihr krug da steht da steht geht einmal versucht einer mal dahin zu laufen ich würde sagen jungen ich habe das Geld der hat die ausgelockt weil sie auf jeden Fall und nicht im Laufen nein 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 sicher sicher er ist der Putin ja das noch drinnen es noch drinnen alter ist dieses zu gestern nennen nervt nicht mehr aber im erhaus mit der Flair hast du siehst du auch auf der Flair da ist der also der der von der Alina Putino soll ich den abknallen soll ich den abknallen antwortet immer jemand ich weiß ich bin glaube Köln Köln ab das war das warte mal ähm versteckt euch mal ok ich bin versteckt ich habe auch nicht abgeknallt auf jeden Fall versteckt euch alle ähm geht mal ja in die Garage rein bin ich weil da oben ist nur einer auf dem Berg oh Erik? ich glaube das ist ein Kuppel von mir der oben ist du glaubst einer ist in der in der in dem äh laden ne in den Supermarkt das gehört das gehört äh ja warte geht mal jemand in den Supermarkt oh nein oh nein hier Bernd ah ha 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 dddddddd er Bernd? wer ist Bernd? ha hallo hört mir jemand zu ihr ist noch einer saß an Maasen Kuppels die aber keine hier ist noch einer im Supermarkt die dürfte das man hat nicht vergessen da wollt ihr sterben so hier oben der Typ ist Erik ja ja einer ist im Supermarkt das ist jetzt wichtiger schreibe mal wir sind alle hier freundlich die hier rumlaufen guck mal jetzt einer hier mit mir in den Supermarkt ja da komm ihr dings lulu oder also so wäre wohl besser wenn jemand zusammen er hat geschrieben er geht in den Supermarkt ja ist er da ne da ist keiner da oben kommen welche? wo? Leute der Typ der eben da schimmert ist raus was ist los? was ist los? warum sind welche? ja kann ruhig noch ein bisschen oh wo denn? hier oben auf dem Berg rechts rechts von mir ich weiß nicht wo wir gesnipert haben da ich sehe dich da du läufst da oder? ja also auf den großen oder auf den mittleren rechts daneben genau rechts daneben genau diesen nicht oben wo denn? warte versuchen zu kriegen muss er denn da ich sehe ich sehe die Kopfwiesen ich sehe die Kopfwiesen ich sehe die Kopf die Kopfwiesen versuchen wegzuschlipern nein noch nicht es haben wir tot haben tot haben tot komm getot hey kommt der ist nein schreibt mir machen Video oh Gott wenn ich dann 3 Parts oder so oder 4 oder 5 Parts ist egal kann man alles hochladen über die Nacht geht dann los ja ich sehe auch ein Spiel bei mir der sind ausrichtend zu euch ist ich laufe grad zu euch also also nicht nur die Volk kommt einer zu euch spieler der Strasse dritte ich habe sie ich habe es nichts zum killen ich habe hallo anstattet sie alles aufnimmt um der M4 den ist eigentlich kann ich die das wurde nach zwei mal plus zwei mal um 9 ja ja dazu kann sagen warte ich muss mal kommen wie viel Munition die haben 30 Schuss Prozent das freut mich warte ich muss nur was noch verkommt den Weg zu können und es kommt euch bald einer entgegen die ist nicht wichtig wie jetzt der kommt einer entgegenböser ein spieler der kommt von der die letzte so ein paar hundert Meter vor mir wie heißt du denn ich heiße um wenn wir sind aber er war der Scheiß und Schädel so weiß ich all die Jahre hier was ist hier los als sie gehen hallo wer hat Schüsse gemacht wollen mich nicht was fahren hier los der Kirche Schüsse kann aber die Schüsse erkannt so wie er würden wie die Leiche in Sachen die Gäste bei mir die Schüsse nicht dass er schießt ich hoffe es wird wie geht in diesen Blättern drin wo seid ihr also wir müssen spielen der Debt hab ich crash jo der Debt auf der Stelle er schießt doch hier rum Mr.Bennett Killer soll warum jetzt TAS was ist jetzt los er läuft so ein auf der Stelle aber ich kann ihn nicht töten ja dann geht es nicht es geht nur um TAS ja der ist schon längst raus das ein Fehler warum wollte er sagen andere Leute auch sagen warte 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 jetzt nicht TAS kommt schon ja mach mal später dann schreibt bei mir das Video ja der ist ein Fehler den kannst du nicht abschießen ne ne der ist draußen was ist überwärtig geschossen warum aber ich schieße dann auf mich schießen zu das ist aber wer hätte abgeknallt so einer da ist Mr.Bandit Killer aber ich weiß nicht warum ich hab keinen Schuss und gar nichts gehört ich war da irgendwo im draußen liegen ja der ist hier bei uns der ist bei uns der ist direkt bei uns im Squad so gesagt was macht der? ich war einfach irgendwo gelegt und der konnte mich gar nicht sehen ich will den abknallen ich will den abknallen passt auf ich glaub also entweder hat er irgendwas gehabt oder ist ein Backer oder Schaltempfer ich hab den Schuster gehört ja Schalterpfer stopp mal stopp mal geh mal aus dem Weg geh mal aus dem Weg bin mir nicht sicher da hinten läuft gleich einer boah das ist hier gar nichts ey das ist ein Zombie aber wenn die sich hier auch schnell bewegen dann weiß man es nicht mit aufpassen weil der Mensch scheint einfach noch da bin ich gekürt man ja was los Lachflash was kill uns ja alle gegenseitig doch nehm vier und alles scheiß ich brauch irgendwie hat jemand was zu trinken? naja hast du ähm hier für mich äh ja hier hab ich ja gut geh mal hier ich bin hinter dir soll ich doch greifen oder? ja passt ich möchte Mr. Bandit töten Na ja lass mal ja hier was wenn ich sage ich war es nicht für Siegner Namen ich könnte euch jetzt mit dem Messer aller abstechen hier ist sonst grad nix los ja 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 da ist es rausgegangen ne komm lass mal lass mal weiterkommen ja jetzt gerade raus und ist da band die äh bandit killer oder so komm lass mal weiter ja ja was lol was los das wurde tot tot da ist einer tot einer tot tot boah statniliter ist oh Gott ey kann dem auf dem aufzubauen sehr boah was zu warm, herz ha 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 alter die sache ne eine gute Waffe Pistole er hat schlacht so Tolo zu schluss setzt Rucksack abtunten erhoff sie ist ein sich verarschen ich ja auch die doch bin ich will euch wir noch zu zweit um nun muss gerade ein Mon versucht die Sachen kommen ach so von Dings Marco bist du wieder da ich weiß ich bin tot ist keine Lust daraus nicht auf mich schießen also die Rauf sag doch mal was wenn es nicht aber auch noch kurz das ist ich komme es kochen uns du hast ein er braucht einmal angucken also am ausfestigen was wie das ist was los also eine Brücke Lula kann gewöhnt werden 3 um kannst du mir mal bitte an das Komplexkop gehen an mann kommen ja später Köln ja ein paar Weihand von ich nehme auch über die Ente erst mal noch was man glaubt wer kommt die WM und ja ja kommt Korbett mit ja weil ich glaube ich auch so vor allem ich habe gar nichts mehr das ist nicht mehr auf sich die Lauer bei den Laden da unten der Gastronomie bereitet zu nicht nur vor Ort und jetzt nicht allein reizugehen er ist nicht das weißt du also kann es nicht erzählen da ist niemand weil ich so sicher ja okay es verbrauchen kann man ja eh nicht mehr stimmt eigentlich da ist keiner so unwahrscheinlich er rechts von uns rechts von uns und welche wo mit zehn an die CD hatte rechts ist recht wichtig über die Kriegner die Kriegner denn da recht die sieben da das wird das weiter machen es muss so sein andere Mäß aus dem an ihr so weit nehmt mal an ich gucke er kann es sagen wenn 16 der eine Typin Kronkos Essbaus trinken Loni mit dem Magazin ihren nicht nur und nur Cola 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 da haben sie ein Prozent er hat sich so war ich liebe war doch nicht wirst du ihr links wieder bei den anderen Typen der Verstorben ist Pekko von Marco Versuch sei nie wieder zu sporen oder Jo, bin dabei Warte mal, die Schüsse kamen doch Vom Restaurant, oder? Weiß ich nicht Seid ihr, was ich höre ist? Ich glaube, ich beende das erste Video erstmal hier wieder Ja, mach mal Jo, also dann bis zum nächsten Mal, Leute Tschüss Tschüss Tschüss